Sie hören Nationalpark Radio. 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 Ja, einen wunderschönen guten Abend hier bei Nationalpark Radio. Heute wieder aus dem Nationalpark Radio Studio in der Nationalparkgemeinde Neuild. Jetzt habe ich sehr häufig Nationalpark sagt, damit man auch endlich mal versteht, wo wir hier sind. Aber ich glaube, die meisten, die uns regelmäßig hören, wissen das ganz genau. Und ja, wir sind heute bei der 94. Sendung. 94? 94 haben wir schon. Hammer. Ja, und wir haben uns, ja, es hat sich so ergeben, es war so eine Idee, da ist das Wort gefallen, Maie. Maie. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob viele den Begriff was anfangen können. Die von Loh schon, gell? Aber nur die von hier. Ja, 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 ja. Wahrscheinlich. Also Maie, ich habe es auch so ein bisschen versucht zu erklären in der Klärung, was wir heute machen wollen. Und da steht zum Beispiel, Maie ist ein Begriff aus dem Schatz des Hochwetterdialektes. Ich habe mal versucht, es irgendwo anders in ähnlicher Aussprache, auch in Hochdeutsch zu finden, aber das ist mir nicht geglückt. Und deswegen versuchen wir so ein bisschen zu umschreiben, was man unter Maie versteht. Also Maie bezeichnet im weitesten Sinne ein Lebensgefühl des sozialen Umgangs und der Kontaktpflege mit seinen Nachbarn, mit Menschen, bekannten, Freunden, Verwandten. Es ist auf jeden Fall ungezwungen und spontan und in der Regel auch ohne einen besonderen Zweck, dass man sich zusammensetzt oder steht. Es können nur zwei sein, es können noch mehrere sein und man unterhält sich dann so über Belangloses oder weniger Belangloses, über Alltägliches, das Wetter, Neuigkeiten, manchmal auch Politisches. Oder im Grunde so, man schwätzt über Gott und die Welt. Ja, es ist so ein Teil eines sozialkulturellen Lebensgefühls, dass man hier im Hunsrück, im Hochwald, im Iderwald, vielleicht auch im Sorenwald, ich weiß nicht. Aber jedenfalls im Hunsrück ist es schon verbreitet. Und sowas ähnliches, ganz entfernt kennt man das vielleicht aus südlichen Ländern, Italien, Südfrankreich, Spanien. Dass man sich einfach irgendwo auf dem Platz im Orte trifft. Genau, und man redet einfach so aus Spaß, weil man sich mal wieder trifft, um Neuigkeiten auszutauschen, vielleicht auch ein bisschen zur Retsche. Was zur Retsche ist, können wir da auch noch ein bisschen erklären. Ja, auf jeden Fall ist es wichtig, zum Maie braucht es ein bisschen Zeit. Etwas, das so in der modernen Zeit jetzt so ein bisschen verloren gegangen ist. Ich habe es hier geschrieben, man investiert in seine Zeit. Und alles das ist nicht Maie. Stimmt. Und die Kommunikation hat sich auch ein bisschen verändert. Da kommen wir vielleicht auch im Lauf des Abends noch darauf zurück, dass man vor allem die jüngeren Leute, aber nicht nur auch die, sondern auch die Eltern kommunizieren nicht mehr so, dass sie zusammenkommen, sondern sie schicken WhatsApp oder posten irgendwo in Facebook oder Instagram was. Und die ganz Jungen machen jetzt irgendwie mit TikTok und zwei Sekunden Videoschnipsel und finden das ganz toll. Und es gibt auch noch andere digitale Bequemlichkeiten, wie man kommunizieren kann. Aber auch das ist alles nicht Maie. Ich muss natürlich jetzt sagen, das richtige Maie findet natürlich nicht in einem Radiostudio statt. Noch nicht vor dem Mikrofon. Nein, das ist nämlich viel zu privat. Genau. Ja, das richtige Maie ist spontan, einfach mal mit einer nache, bis ich schwätze. Und jetzt verlasse ich so ein bisschen das Hochdeutsch. Da könnte man vielleicht auch noch nachher drüber reden, das Deutsche, das Hochdeutsche ist ja mittlerweile völlig vergendert und sonst irgendwie was. Irgendwie kommt man es gar nicht mehr vor, als sei es noch Deutsch. Deswegen versuche ich jetzt mal ein bisschen so zu schwätzen, wie ich normalerweise immer so der Helm schwätze. Wir haben jetzt hier am Tisch, wo mir jetzt Maie, da fange ich mal hier an, Angela. Hallo, guten Abend. Angela, jetzt war es. Mal wieder. Angela ist ja... Wiederholungstäter. Genau. Seit sechs Jahren gibt es uns im Malparkradio und von der ersten Minute an war Angela dabei. Dann haben wir Juliane. Hallo, ein Neuling sehr nervös. Machst du schon mal gut. Guter Anfang. Das klang schon sehr... Professionell. Unservös. Professionell, genau. Ja. Juliane, schön, dass du heute hier bei uns mal live am Mikrofon bist. Wir hatten ja schon ein paar, auch Literarisches von dir, eingesprochen und auch schon eingespielt. Da erinnere ich mich zum Beispiel an eine Geschichte eines Kanarienvogels, die Ulla. Die Ulla, genau. Die Ulla, ja. Die Ulla, ja. Die Ulla, ja. Schöne Geschichte. Aber ich würde auch gerne noch in dieses Thema Maie reingrätschen, weil es gibt ja einen deutschen Begriff Kaffeeklatsch. Und viele Leute denken dann, Maie ist Kaffeeklatsch. Aber vom Ursprung her ist bei der Maie gearbeitet worden. Und jeder hat seine Handarbeit mitgebracht. Und so zu Omas Zeiten, also ich komme aus Ida, gebürtig, zu Omas Zeiten war das immer Strickzeug. Da hatten alle Strickzeug dabei. Oder sie haben Gobelin gestrickt. Irgendwas haben sie auf jeden Fall mit der Hand gemacht. Und es wurde dann nicht verköstigt, also nicht Kaffeeklatsch mit Kaffee und Kuchen, sondern es war wirklich eine Maie, auf der gearbeitet und sich unterhalten wird. Und das geht wohl zurück auf dem Hunsrück, auf die Wintermonate auf dem Hunsrück. Die Spinnenmaie war das ursprünglich. Da haben sich die Leute eines Dorfes getroffen, bei immer einem, rundum, aber jeder musste mal heizen. Und dann haben die sich ihre Kappen mitgebracht, die sie am Sticken waren oder was immer so zu tun war. Und das ging dann eben reihum durchs ganze Dorf und hat sicher dazu geführt, dass die Dörfler ein gutes Gemeinschaftsgefühl entwickelt haben. Und die Wintermonate konnten lang sein und hart auf dem Hunsrück. Und wenn dann einer nur geheizt hat für alle, war das sicher auch sparsam. Ja, und dann die vierte im Bunde ist dann die Maria. Ja, hallo, guten Abend. Sie sind schon über 40 Jahre verheiratet und wohnen hier im Hunsrück schon, wie lange ist es? Ja, 40 Jahre, ne? Über 40 Jahre. Eine ganze drei Jahre Zeit lang in Mainz. Ja, gut, fast 40 Jahre, sagen wir mal. 35 Jahre. Und da stelle ich immer wieder fest, dass Hunsrücker Blatt gar nicht so einfach ist. Ne, das ist ein sehr schwerer Dialekt und man hört es ja bei mir, ich habe immer noch meinen ursprünglichen Mannheimer Dialekt. Und wenn ich vielleicht gerade noch mal da hier zu diesem Spinnentreffen, zu diesem Maje, Spinnmaie. Ja, ja, also ich kenne das jetzt von meiner Oma, kenne ich das jetzt weniger, aber die sind dann auch, im Fränkischen war das, wo meine Eltern her sind, die, die haben sich dann auch im Winter öfter mal getroffen. Und ich jetzt persönlich von, ich bin in Mannheim oder im Vorort von Mannheim aufgewachsen und da hieß es dann, ach komm, mal gehe, mal ein bisschen schwätze. Also die Nachbarschaft oder auf die Straße oder auch zu Freunden, dass man sich irgendwo getroffen hat. Und es ging dann auch meistens nicht um was Besonderes, ne? Sondern man hat gesagt, ach komm, mal gehe mal nochmal ein bisschen schwätze und da sieht man sich mal nochmal und so. So war das, ne? Also es war jetzt auch kein richtiges Themenziel irgendwie dabei. Es ist wahrscheinlich schon ein bisschen gerecht worden, das kann schon sein, also dass man über den einen oder anderen Moll oder über die Verhältnisse ein bisschen geschwätzt hat. Aber das Grundsätzliche war das Treffen, dass man sich gesehen hat, ne? Das war, denke ich, ganz wichtig, ne? Ja, man muss ja auch von den Zeiten unterscheiden, wovon ich rede, wenn es spinnbar, ich sage, das war also wirklich die napoleanische Zeit oder noch davor. Ja, ja, spät, also früher, ne? Ja, irgendwann mal, ganz früh in meinem Leben, habe ich ja über die Hunstiker Tracht was geschrieben und da ist mir das irgendwann mal in die Nase gekommen. Mehr, viel mehr weiß ich aber auch nicht, frag mich jetzt nicht. Ja, wir haben jetzt unser Strickzeich, ne, dabei, also ich kann auch gar nicht stricken, ich weiß auch gar nicht, wie das geht, das ist mir fast viel zu kompliziert. Und so wie Maria auch geschwätzt hat, über alles Mögliche, versuchen wir das jetzt auch.